Wow, 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 wow. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Fall Guys. Heute mit Maxify, Zombie und Maudado. Ich verliere es extra. Ich versuche nur Fuku zu töten. Oha, wird mich nicht wundern. Komm her, Fuku. Komm her. Ich mach dich fertig. Wenn du schon so nicht gewinnen kannst. Ich roll eh runter mal, ne? Ja, wenn ich dich gewinnen kann, dann mach ich euren. Bin kaputt. Ich fliege schon wieder einen T-Post bei mir. Da hol dir den ersten Platz. Oh, ihr seid beide schon ganz vorne. Ja, die sind die ersten. Die sind das Schwitze hier. Mann, du, 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 du. Ihr könnt so eine Wippe auch immer noch auf eine Seite. Hallo, mach doch nicht, dass Lila nur so kaputt ist. Ah, ihr seid doch alle Loser, ey. Maxi, hey. Maxi, wo bist du? Ja, Fuku, die machen das mal dumm, Mann. Ich schaff's nicht, oder? Doch, 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 doch. Da, du bist du schon zu tun. Ach ja. Ey, hallo. Da rollt der, der fände ich die noch. Okay, ich hab kein Goldenes bekommen. Ich hab auch kein Goldenes. Wohin gehen wir gleich, Zombie? Guck erstmal gleich, wer weniger Punkte hat. Und zu dem gehe ich. Der hat nicht gut gewonnen als Preis. Ich glaube, das ist Blau. Ich gehe zu Blau. Ja, Blau nervt auch hier, also. Oh, Blau hat ein Goldenes Ei. Das muss rausgeschmissen werden. Ja, da kümmert sich schon einer drum. Die wollen aber ganz schön aggressiv verteidigen. Ja, ja, ja. Die Blauen, die Blauen haben auch die Möbeln zu schlauen. Ich glaub, die haben hier im Kontostand gesehen. Die haben gar keinen Bock mehr. Ich werf ein bisschen weiter hinter. Okay. Blau hat einfach nichts. Ich bin immer Team-Verteidigung bis jetzt gewesen, ist die Sache. Ich war noch nie im Angriff, also ich hab das Wasser in Ordnung. Der eine Blau ist auch ab K gegangen schon. Ja, die haben gar keine Lust mehr. Gold, nein. Oh, da hat das Goldene. Ja, ja, Gold, Gold. Nimm es. Oh. Oh, wir haben egal. Blau hat nur 5 Punkte, das darf nicht sein. Blau tut mir immer so leid, wenn man das macht. Oder das Team. Oh, Schleimkranker. Mit so wenig hatte ich das noch nie. Ich hab dir nichts getan. Komm, wir schaffen das. Der ist ein richtiger Gamer-Mode, du. Ja. Wie bin ich hier hingefallen? Weiß nicht. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Ich wär aber so auf runtergefallen. Dann lass 5 Punkte. Und David, darf ich Erster werden? Warum darf ich nicht Erster werden? Weil du schon so auf Erster warst. Okay, warte, wir müssen uns loslassen, dann können wir gehen. Okay. Oh nein. Oh nein. Und du hast sogar noch einen runtergeschubst. Okay, Maxi darf Erster werden. Nice. Ja. Oh, oh, den. Oh, der wollte. Oh, nee. Okay, der wollte. Ja, ja. Fuhu und ich Hotter schafft den. Eigentlich Hotter fallen, meine ich. Oh, ich geh ins Ziel. Ich darf gerade lang. Ninja. Komm her, Ninja. Ja, komm her, Ninja. Sei mein Freund. Was macht die Pommes da? Was ist Zomme, ey? Okay, ich hab einen Ninja-Kumpel, der nicht loslassen will. Oh, hilf mir, der dreht mich. Nein. Oh Gott. Okay, Ninja, lass mich. Oh, Zomme, Zomme. Oh, Zomme, Zomme. Zomme. Oh, no. Oh, no. Das ist Zomme. Zomme. Oh. Oh, oh, oh. Oh, schade. Nein. Ja. Ja. Jetzt ist der Schleim. Der Schleim kommt. Der Schleim kommt. Oh. Das sind die langweiligen Minigames, da fliegt keiner raus. Na doch, die hält dich. Ja, aber ich meine, es ist so im Sinne von, man kann jemanden runterschubsen. Oder was passiert, wenn man ins Tor reinspringt? In das Tor rein. Das war mal in der Mitte. Okay, ich gehe wieder nach hinten, glaube ich, ein bisschen. Ich auch. Ich mache einen Schubser, hier, gegen den Ball. Oh, der ist echt gut durchgegangen. Oh, oh. Wovon liegt man ein bisschen stärker, okay? Ich bin, ich habe einen Schwächeanfall, sorry. Kommt vom Alter. Jetzt, 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 jetzt. Ja. Oha. Pommes, Pommes hat an einem vorbeigeschossen. Oh, Pommes. Da, doch, da hat einer ein Tor gemacht. Wir haben, wir haben ja alles unter Kontrolle, keine Sorge. Ihr müsst nur ein Tor machen. Oh, der Ninja ist bei uns im Team. Oh, ja, oder? Geht der ran? Ne, ne, ne. Jetzt, komm, schüttchen ran. Schüttchen ran, schüttchen, der geht rein, ja. Ja, der geht rein. Sieben Tore. Easy. Brasilien in Deutschland, wir haben es gespielt. Ja. Wir haben eigentlich eine zu hohe Chance, dass irgendeiner von uns gewinnt. Nervt er gerade noch? Nicht bei mir. Ich bin ein bisschen besser cooler, ich kenne mein Glück. Okay. Oha. Hingesprung. Oh, Maxi. Oh, die, boah, ach, ja, komm, ich kippe mal, ja. Hupu, nächstes ist einer von dir. Hupu, ich krieg wieder einer von dir. Hupu, ich krieg wieder einer von dir. Oh nein. Links sind alle. Hupu, du musst nur links gucken. Ja, 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 ja. Hupu, ich hab's, komm. Hupu, du musst ranspringen. Hupu, ich hab gehalten. Er hat's nicht gehalten. Ich muss zu uns. Warum hat er den nicht gehalten? Du musst doch ranspringen und halten. Runtergelaufen, hast du's gesehen, Zombie? Hab ich auch noch nie gesehen, dass irgendwie vier Leute gegen die Krone springen und keiner packen. Ich glaub, sind die anderen auch mit'n Hechtsprung oder so gegen? Uh. Okay. Haha, nice. Okay, Zombie. Dritte von links. Ich fühl mich nicht angesprochen mit Zombie. Zombie, hab ich gesagt. Okay. Ich hab Zombie gehört. Ich hab Zombie gehört. Echt? Okay, Zombie. Haha, Zombie, der Falsche. Haha, Maxi, ich hab die Krone. Wie ist der eine Ninja nach ganz vorne? Das ist ein Hacker. Nee, nee, die Türen hier glitschen manchmal. Leute, einfach ultra weg. Ich, ich, ich komm nicht durch. Der ist schon im Ziel. Ich hab im Clip gesehen, da ist einer in so eine Tür geglitscht und durch die gesamte Map bis zum Ziel geflogen. Hä? Ja, ja, das ist ein Hacker. Der hat mich gerade festgehalten hinten und ist auf einmal durchgerutscht. Vielleicht hat er ja nun einen hohen Ping. Ein Hexenberg? Hatte ich das schon mal? Das ist so ein Virus-Ding. Also einer hat ein Virus von jedem Team und muss versuchen, das andere Team anzustecken. Wenn du angesteckt wirst, musst du versuchen, das Gegner-Thema anzustecken. Okay. Warum sind wir einer weniger? Weil wir nur noch ein Greißig waren anscheinend. Das ist ein Jörn, ja. Ah, er will mich essen. Ich halt den einfach fest, dann kann da niemanden anstecken. Einfach, einfach nur verstecken, ne? Das ist voll langweilig hier. Wir stehen gerade mega. Das ist wie so ein Zombie-Virus, den man so ausbreitet. Hallo. Wer pink, wer pink leuchtet, ist gefährlich. Nein, wie hat er mich gehalten? Nein, oh. Ich versteck mich einfach in der Ecke. Ich hol mir sie jetzt alle. Da sind nicht mehr viele. Zwei noch. Nice. Ja, hoffen wir mal, dass der Hacker bei den Gelben dabei war. Ach nee, ich bin reifenspringen. Hast du dir schon mal fliegende Kakerlaken gesehen? Nee, es ist Mittag. Bei mir ist gestern einer in die Wohnung geflogen. Fliegende Kakerlaken. Ich hab's gesehen. Ja, cool. Ich würde ausziehen. Ja. Ich hab einen Schock bekommen. Das sah aus wie so ein Drache, Alter. Ich bin klein. Ich nehme mir den, Mann. Oh, okay. Das ist ein Gelber gerade mir vorbeigelaufen. Vor ihm einfach ein Goldener Ring gespawnt. Aber das größte Glück der Welt gab, der Gelbe. Ich hatte schon, dass es in jemanden gespawnt ist. Komm, irgendein Goldener bitte bei mir. Nein, das wird schon wieder in mir. Lauf einfach und krieg ihn einfach. Das ist ein Goldener. Na, okay. Holy shit sind da viele. Ich bin der erste. Ich bin der erste. Einfach mehr. So schlecht, ey. Oh, der Schleimkrexler. Tschüss, Leute. Oh, das will ich mal mit 60 Leuten haben. Ich hatte es einmal als erstes Spiel. Dann waren irgendwie vier im nächsten Spiel. Das muss voll geil sein. Nein, nein, ich meine hier so links daneben kannst du einfach hochhebieren. Ah, oh. Oh mein Gott. Oh nein. Ich bin der. Jui, jui, jau. Alles gut, Maxi? Können wir Fuh runterschieben? Nein. Oh, oh. Nein. Okay, weiter geht's. Warum bin ich so weit geflogen auf einmal? Hab ich gerade, hab ich gerade Fuh rumgebracht. Ey, du hast auch mitgemacht, Morgano. Vorne schlagen. Oh, ich bin endlich mal wieder nach vorne gefallen. Oh. Ich bin seit 100 Runden. Oh nein, ich werde wieder zurückgeworfen. Ähm, ich steh nicht mehr auf. Ich war ganz vorne. Ich steh nicht auf. Ich steh nicht auf. Wo bist du, Fufu? Brauchst du Hilfe? Ich wurde gerade viermal von diesen Kreisen noch geschlagen, bevor ich aufstehen durfte. Immer durch die Mitte durch, ne? Okay, ich bin irgendwie durch. Im Ziel. Oha, Tryhard. Oha, wie viele hier sind. Oh stimmt. Man könnte die da runterwerfen, Mordado. Oh, du bist jetzt richtig zu einer Deku. Man kann dieses Spielgefühl kaum verlieren, weil so viele immer wieder failen. Hier kann man auch so gut runterschubsen, aber ich kann es noch nicht. Nein, ich habe noch nie geschafft, das glaube ich hier. Ich dachte gerade, ich springe das Loch rein, ne? Aber weg, das ist der Geheimtrick bei dem Spiel. Uffu, hallo. Du kannst halt, wenn gerade so ein Loch kommt, jemanden runterschubsen, richtig geil. Kann man ein paar nochmal rausholen? Von meiner Seite weg, hier sind nur gemeine Greifer. Oha, oh, oh, oh. Tommy, ah, rätst du mich? Hallo, Freunde. Hallo, warum tacklst du mich alle weg? Ich will nicht in die Deine, da sind so viele Leute. Hier ist voll chill am Rand, hier nervt mich niemand. Wand! Noch einer, noch einer. Easy. Haben wir. Leute, gleich kommt der Wand. Kommt her, seid bereit. Okay, da ist es. Los! Ja! Wow. Cooler Spur. Da war ein Sprung vorbei gewesen. Wie oft? Irgendwie ist die Spielauswahl heute echt eintönig. Wenn wir noch Fußball spielen müssen, dann Critic. Ja, Fußball und dann wieder der Berg. Es gibt nur fünf Spiele einfach. Ich hab ein Goldenes, oh mein Gott, ich hab ein Goldenes. Ich will mal die Zombie-Strat ausprobieren. Die Zombie-Strat ist mega angenehm. Du musst einfach nur loslassen, dann wirfst du die schon so ein bisschen in die Richtung. Okay, noch werden wir nicht angegriffen. Ich glaube, ich gehe mal zu blau. Ich mag blau nicht. Wenn so ein Hotdog sich einfach das goldene Ei noch schnell gesnackt hat. Oh, ich will so ein Doggo. Ja, es war eine 20, ja. Wir müssen doch die finden. Jetzt, lauze, jetzt müssen wir die... Erstmal wegwerfen. Blau hat nichts verdient. Es ist so fies, komm. Blau hat noch immer viel zu viele. Ja, ich werf ein bisschen jetzt in diesen Hammer da rechts rein. Und dann die einfach weggehe. Der blau hat aufgegeben, der eine. Nice. Ah, der Dino will mich richtig nerven jetzt. Alles gut, alles gut. Jetzt werden wir. Ich hab blau gar keine mehr. Aber die Blauen sind auf K gegangen, sie haben aufgegeben. Ja, die dürfen keine Eier haben. Wir haben gewonnen, Maldatung. Ja, warte. Und zack. Oh, nice. Und da ist ein Goldeneß. Und da ist ein Blau. Oh, die haben ein Goldeneß? Cool. Das ist aber das einzig Ei, was die haben. Ich glaube, wir passen die schon drauf auf. Oh, es ist raus. Oh, so viel Pumke. Pumke ist einfach. Oh, das hatten wir ja noch gar nicht. Da kann man ein Ding hochklettern. Will jemand auf mich draufkläten? Ja. Ja, ich würd voll gerne. Ich fahr da noch nie. Aber ich weiß nicht, wie. Muss ich nur auf dich springen? Oder muss ich... Ach, kann man wirklich draufklettern und dann überleben? Ja, auf die Dose links und dann drauf. Okay, ich versuch's mal. Aber du hast nichts überhalten, sonst stoppst du. Was? Oh, Hotdog. Oh, wir müssen weg. Oh, ah. Aber direkt wieder hin. Das ist Schummen. Ja. Oh. Das wird doch eigentlich mit dem Patch, der heute kommen soll, gefixt. Oh. Oh, 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 nice. Ja, Maxi. Ja, ich bin drauf. Nein, das Hotdog. Oh mein Gott, das Hotdog jetzt rübergekommen. Oh, ich hab's gesehen. Ich steh wieder dran. Komm, wir sind alle zu dich. Nein. Aua. Geht das nur mit der Dose? Nee, es geht mit jedem Skin. Ich bin zu blöd. Ja, manchmal ist es ein bisschen rutschig. Einschau's, was du jetzt noch. Okay, never mind. Ich hab auch gehört, du kannst jemanden... Du kannst die Leute grabben da oben, dass die ein bisschen runterfallen. Ja, man kann sich auch so hinstellen, dass man nicht gegrippt werden kann. Ja, okay, aber keine Ahnung. Nehme ein bisschen vor, wir können jetzt gleich auf diese Blöcke drauflaufen, die kommen. Ach, ihr könnt da drauflaufen? Echt, also das sehen hier? Cool. Oh mein Gott, warum hast du das gesehen? Ja, ja, man fällt hier auch ein bisschen hin, aber man kann immer lenken, wenn man liebt. Maxi, was macht ihr da? Maxi, Maxi. Bei mir hab ich dich nicht mal berührt. Oh nein. Du hast mich unter den Scho. Schon wieder. Okay, besser als Fußball, besser als Fußball. Komm, please. Hä? Das ist ja noch nie passiert. Das ist noch nie passiert. Was ist das? Eine Welle. Ein Saurier ist durchgekommen, aber der ist halt komplett in die Watschfalle reingegangen. Au, Zombie. Ja, ich werde... Ja. Jetzt alle hohen worden, Alter. Okay, jetzt kein... Nein! Jawohl. Keine Chance irgendwie. Oh, die Links sind durch. Die Links sind durch. Was ist denn das mit dem Saurier? Die Links sind durch, Leute. Ja, die Krone wird schon... Oh. Ach, schade. Wow, 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 wow. Das war's mit Vollgeist. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne am Daumen auch runter. Wenn ihr jetzt noch mehr davon sehen wollt, ist links ein Video, rechts geht zu meinem letzten. Die Leute findet ihr alle in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.